So Freunde, willkommen zu einer neuen Runde CSGO und wir haben Hacker im Team. Wir haben mal Hacker in unserem Team! Ja, also, ich drücke einfach mal Tab und ihr könnt es sehen, ihr wisst eigentlich schon alles, oder? Marcel und ich, wir können einfach hierbleiben, weil die Regeln das eh schon. Ich spiele die ganze Zeit Auto-Sniper, laufen alle im Untergrund, weil sie wissen, dass die Gegner alle im Untergrund kammeln. Boah, der Erste ist jetzt einmal gestorben. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Ja, Marcel, es ist erst in Runde 3 reingejoint, weil er seinen PC durchgestattet hatte. Und ich bleibe so hier hinten, weil die machen das schon. Auto-Sniper, Auto-Sniper M4. Komm, wir warten mal, wer zuerst den Kill macht, durch die Wand, Heather. Okay, ich bin für Centineo. Allein ich habe den einmal zugeguckt, er stand auf dem Dach, guckt einmal zur kleinen Scheune, scoped und drückt durch die Wand, ein Header. Oh, 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 oh. Wenn wir das jetzt regeln müssen, haben wir leckt jetzt, musst du das regeln, ne? Ah, ich mach das. Ich hab Auto. Ah, siehst du, da geht's los, da geht's los. Aber ich kann das nicht machen, weil jetzt legt das ja auch. Oh, ne, nur zwei. Also, es läuft nicht ganz umflüssig, weil ich jetzt der Aufnahme habe. Oh, nein, oh, komm, Natascha macht das. Natascha macht das. Bleibst du wohl hier? Hörst du wohl auf? Ah, wir könnten ihn Team killen, was erzählst du davon? Na, okay. Ja, ich bin sicher ledig. Ja, wenn ich mit dem los jetzt, jetzt hat er schon zwei. Äh, Tose. Guck mal, da bin ich besser. Das Ding ist, es ist halt ein Clan. Wir können die nicht kicken. Geht halt nicht. Ich check mal eben die Profile. Hier. Der eine, russisch. 587 Stunden. Okay. Cheater, cheater, cheater. Minus Rep. Cheater. Da. So, wer spielt noch mit ihm? Natascha spielt noch mit ihm, ne? Da. Was ist denn Natascha für ein Profil? Polen, 218 Stunden. Minus Rep. Cheater. Aua. So, wer spielt noch mit denen? Wer ist der letzte? Äh. Lubi Lachis. Ja, genau. Ja, genau. Hatte. Äh, Kanada, 108 Stunden. Ja. Aber den kann man nicht auf die, auf die Seite schreiben. Schade. Habt ihr noch was geschrieben? Hast du den mal zugeguckt? Weil 97 ist ja relativ aber normal, ne? Ja, aber die anderen halt nicht. Ja, richtig. Also, kann auch sein, dass der jetzt auch so. Das ist ein flawless game. Allein in der ersten Runde, die haben nur OSPS-Header verteilt. Da war ja Marcel noch nicht dabei, aber ich hab's gesehen. Oh, guck mal da, durch die Wand, Header. Easy, Mario. Durch die Wand, ja. Funk. Ey, ich möchte noch erwähnen, sie haben einmal kurz am Anfang geredet, weil ich ein Timeout machen wollte, weil Marcel ja nicht da war. Und das waren so Kinderstimmen. Also so 12, 13 und sowas. Na, guck, guck. Wir müssen aber nix machen. Ja, ich hab 0, 0, 0 am Ende. Ja, braucht, dann braucht er nix machen hier. 4, 1, 2. Ja, kann ich so stehen lassen? Nee, ich kann auch. Leg er es drauf. Da. Ja, kriegst du einen Autosniper von mir. Leg er es weg. Ich li- Halt die Fresse. Komm, los, los! So, jetzt bin ich empty, jetzt hab ich kein Geld mehr. Alles verscherbelt. Aber wenn ich an die alle eine Stelle schieße, macht's gar nicht Abbruch zwischen den Begriffen. Oh, ja, weil, ja, weil. Was, wo hast du geschossen? Komm, bau dazwischen, da kannst du nicht treffen. Bies mal dort drauf. Ja, ich, wo bitte mit Messer? Aber ich weiß, was, ich laufe den einen jetzt mit dem Taser hinterher. Nee, he, he, he. Aber halt auch für die Abstimmung starten, weil die kommen wollen mich da bestimmt kicken, ne? Ja, drück ich auf 1. Na, fick dich. Let's move out. Aber ich hätt' nicht bei mir leckts. Wollen wir jetzt richtig spielen? Nee, nee, nee. Ich stell' mich hier mit Messer hin. Ja, war richtig, wäre ein Kehl, ich wäre kein Tor. Aber nur Knife. Ach, nee, USB ist weg. 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 Oh, Mann. Nee, 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 nee. F2 für 9. Bitteschön. Danke. Aua, Leute. Da hinten kommt einer. Fäck sie bitte, er geht nicht zuerst. Boah, dein Elm, jawohl, Marcel. Ja, das war halt nix. Also, weil ich dich geschossen habe, wie lange war er schon da? Äh, bestimmt schon 2 Sekunden. Pff. Da kann der letzte Sitz bin auch noch ablehnen, das wär' sehr schön. Wir annehmen, ist ja egal. Wo kämpfen wir uns hin? Kleine Scheune, ja, ne? Ja, ich glaub, die kommen noch zwar nicht hin, aber... Der Teufel, der kann, ne? Die kann man in der Runde abgeht. Ja, solange es kein Flau ist, ist es alles gut. Jetzt bin ich auch negativ, toll. Mein Scheiße. Hi. Report, alles klar. Ja, 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 oh leip, hat er jetzt angemacht, oder was? Junge. Guck mal, der andere Ecker ist angehittet. Jetzt geht das Spiel noch. Oh. Ja, viel Spaß bei allein da hinten. Nee. Wenn ich das gewusst, hätte ich ja noch was gekauft. Willst du mal ne Diegel haben? Ich brauch's... Hier. Nein, 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 F2. Ich kann nicht abstimmen. Ja, auch nicht. Ich kann nicht abstimmen. Bei mir steht schon, sie stimmt das rein. Ja, bei mir steht das auch. Noll. Heckny ist auch noch anders, oder? Ja, ich hab auch eigentlich geteilt. Ich wollte hier noch was anmelden. Kann ich den... Na, ich hab' nicht... Ja, weil so lange wir nicht abstimmen können, kannst du ja sowieso. Ich spieke. Weil du hast hier sowieso mit Nein abgestimmt, weil es für dich ist. Nee, bei mir steht noch. Ja. Okay, also ist bei mir logisch das. Jawohl! Oh, Hex, Hex. Ja, ne, dann hängt's auch nicht mehr. Nee, nee, nee. Ja, die sind alle über die Brücke. Einer hat mich sogar, glaub ich, noch gelegt. Ich bin ja der Einzige, der negativ ist. LOL! Oh, den hab ich zu spät gesehen. Also entweder ist der Fischer Hex. Ja, Silo, den hast du sogar noch gesehen. Ja, ich weiß. Was bringt mir jetzt nicht so nix. Außer ich treffe einen Lackshot und greife direkt hinten. Oh, oh, oh. Da geh hin, Mensch. Oh, 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 oh. Ah, hey. Hach, ha, ha, ha. Wollen wir mit den Hacker einlos, ey? Jungs, die soll mal wieder atmen. Ah, ha, ha, ha. Geld! Oh nein, kein Geld. Achso. Wenn ich Sammlung wieder gehöre. Oh, oh, ich bin voll geflasht. Nice, der geht schon wieder los. Ah, schon wieder geflasht. Oh, oh, da sind sie gleich wieder tot. Ja, ich bin schon vor. Ach, du bist schon vor. Ich wollte den euch ziehen können, aber ich hab den nicht getroffen. Ich hab das jetzt ein bisschen für euch. Ah, nein! Ach, Mann, ich wollte den noch knifen. Ja, er läuft schon mal Tunnel, alles gut. Der andere läuft auch Tunnel, alles klar. Lol. Er schießt da schon durch die Wand. Ja! Ja, ich weiß! Weepot! Weepot! Ich verstehe diesen Leute nicht. Ich fick ihn drauf und drei Minuten später kommt er sich. Aua! Ja! Ja, schon witzig. Was ist mit den Hackern los? Ich bin schon leicht enttäuscht. Geht der Hack nur auf der CT-Seite oder was? Am Stein! Oh Gott! Ah ja, Deathload, 12 HP. 12 HP! Ja, genau da ist er hinter. Da, zähl die Fernseite! Jawoll! Oh! Da ist noch einer, 12 HP irgendwo. Der war hinterm Stein. Das war der noch nicht. Da! Ja! Ich kriege das, ey. Du machst das. Du machst das. Und... STELL UP! Oh! Hahaha! Das ist... Ich... 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 Das war alles klar. Jawoll! Jawoll! Ja, ich bin da abgewankt! Jawoll! Ich bin jetzt Team G! Ich bin wirklich nett! Da können wir nochmal alle beporten. So, dann bin ich mal kurz durchzuschauen ob das im normalen Spiel auch weg... Ja. Da wollen wir mich erstmal beim Metcalfe drohen. Und... Da dachte ich jetzt hier nochmal neu probier's nochmal. Ob es beim normalen Spiel... Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! abanon.